Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses MacBook Pro kennt ihr ja schon aus meinem vorhergehenden Video. Da habe ich mich ja um die Hardware gekümmert. Heute, in diesem Video, kümmere ich mich um die Software. Denn ich möchte auf mein 8 Jahre altes MacBook Pro macOS Ventura 13.6 installieren. Am Ende des Videos werde ich noch begründen, warum ich diesen Schritt erst jetzt gemacht habe und nicht schon früher. Aber jetzt fangen wir erstmal an. Im Browser brauche ich nur OpenCore einzutippen. Wie man schon sehen kann, zeigt Google schon den richtigen Link. Auf OpenCore Legacy Patcher klicken und schon sind wir genau da, wo wir hinwollen. Noch schnell auf Getting Started klicken und los geht's. Auf dieser Seite findet man einige Informationen. Als erstes solltet ihr prüfen, ob euer Mac mit OpenCore Legacy Patcher funktioniert. Klickt hier auf Supported Models. Nun seht ihr eine Mac Geräteauswahl. Wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, welches Gerät ihr habt, schaut einfach schnell in eurem Betriebssystem unter Überdiesen Mac, Weitere Infos, Systembericht nach, welche Modellidentifizierung ihr habt. In meinem Fall lautet die genaue Modellidentifizierung MacBook Pro 12.1. Wenn ihr eure Modellidentifizierung wisst, wählt ihr in der kleinen Geräteliste euer Gerät aus und dann auf das Modell, das ihr benötigt. In meinem Fall MacBook Pro Retina 13 Zoll Anfang 2015, Modellidentifizierung MacBook Pro 12.1. In der rechten Spalte könnt ihr Legacy Metal 13 Plus lesen. Das bedeutet, macOS Sonoma kann auf diesem Gerät installiert werden. Gut, gehen wir zurück auf die Startseite und wählen dann Download & Build macOS Installer aus. Danach auf OpenCore Legacy Patcher Release Apps klicken. Dort findet ihr die aktuelle Version von OpenCore Legacy Patcher mit der Nummer 0.6.8. Wenn dieses Video zu einem späteren Zeitpunkt angesehen wird, kann sich die Versionsnummer geändert haben. Der Ablauf sollte aber derselbe sein. In der oberen Zeile wird hingewiesen, die macOS Sonoma Unterstützung befindet sich noch in der Entwicklung und wird später in diesem Jahr veröffentlicht. Also bleiben wir bei Ventura. Wenn ihr nach unten scrollt, findet ihr den Reiter Assets. Darin findet ihr den Link OpenCore Legacy Patcher GUI.app.zip. Darauf klicken und der Download beginnt. Das kann aber mehrere Minuten dauern. Jetzt bitte nicht wundern. Alles bisherige habe ich mit meinem Mac Studio nachträglich gefilmt. Nun geht es aber mit dem MacBook Pro normal weiter. Ihr macht natürlich alles mit dem selben Gerät. Wenn der Download abgeschlossen wurde, klicken wir in den Download Ordner und ziehen das Programm OpenCore Patcher in den Programme Ordner. Öffnen diesen und starten den OpenCore Patcher. Hier noch kurz eine Frage, ob das Programm wirklich geöffnet werden soll. Auf Öffnen klicken und schon haben wir den nächsten Schritt abgeschlossen. In diesem Fenster könnt ihr nun sehen, dass die aktuelle Version 0.6.8 installiert wurde. Und es wurde auch das richtige Gerät erkannt. Bei mir MacBook Pro 12,1. Nun benötigen wir einen USB-Stick mit mindestens 32 GB. Den Stick in das MacBook Pro stecken. Danach auf Create macOS Installer klicken. In diesem Fenster wird abgefragt, ob ihr den macOS Installer downloaden wollt oder ob ihr schon einen verdickten habt. Ich habe noch keinen, also klicke ich auf Download macOS Installer, um mir die aktuelle Version 13.6 zu holen. Jetzt wird gefragt, welche Mac-Version ihr laden wollt. macOS 11 Big Sur, macOS 12 Monterey oder eben macOS 13 Ventura. Also unten auf macOS 13.6 klicken und der Download beginnt. Euch muss aber klar sein, dass der USB-Stick komplett gelöscht wird. Das bedeutet, alle darauf befindlichen Daten gehen verloren. Der Download hat bei mir ca. 15 Minuten gedauert. Nach der Überprüfung des Downloads muss das Admin-Passwort eingegeben werden. Danach wird der Installer vorbereitet. Nun auf Yes klicken und den richtigen Installer auswählen. In meinem Fall gibt es ja nur einen. Jetzt den USB-Stick auswählen. Ich verwende einen 64 GB Stick. Hier stehen 63,4 GB. Das passt soweit. Jetzt auf den USB-Stick klicken und danach im Info-Fenster, das auf die Löschung aller Daten hinweist, auf Yes klicken. Noch einmal das Admin-Passwort eingeben und schon wird der USB-Stick mit dem Ventura-Installer erstellt. Das kann jetzt wieder ein bisschen dauern. Wenn alles soweit abgeschlossen ist, bekommt ihr die Meldung, dass der Ventura-Installer erfolgreich vorbereitet wurde und fragt gleichzeitig, ob der Open-Core-Patcher auf dem USB-Stick erstellt werden soll. Wieder Yes drücken. Nach der Erstellung von Open-Core auf Install to Disk klicken. Dann den USB-Stick auswählen, nicht die Festplatte. Danach noch das Volume auswählen und noch einmal das Admin-Passwort eingeben. Jetzt wird Open-Core auf dem USB-Stick installiert. Nach dem Abschluss der Installation auf Reboot klicken. Der Mac startet jetzt neu. Sobald ihr einen schwarzen Bildschirm seht, müsst ihr die Alt-Taste oder auch die Option-Taste gedrückt halten. Und zwar so lange, bis ein Boot-Menü erscheint. Tut mir leid, dass das Bild so verschwommen ist, aber die Kamera hat irgendwie falsch fokussiert. Links seht ihr die Macintosh-AD von eurem Mac. In der Mitte den USB-Stick mit dem Ventura-Installer. Rechts seht ihr den EFI-Boot von Open-Core und genau da klickt ihr drauf. Darüber wird nämlich der Ventura-Installer gestartet. Und gleich danach klickt ihr auf Install macOS Ventura. Nun seid ihr auf dem USB-Stick mit Ventura. Jetzt auf macOS Ventura installieren klicken und die Anweisungen von Apple befolgen. Wenn das geschafft ist, wird das Betriebssystem installiert. Das kann aber schon ca. 30 Minuten dauern. Wenn alles soweit geklappt hat, startet der Mac mit Ventura. Im Fenster über diesen Mac können wir die erfolgreiche Installation prüfen. Das Fenster von Open-Core besagt, dass der Patcher von dem USB-Stick gebootet worden ist. Das wollen wir aber jetzt nicht mehr. Jetzt soll der Patcher auf unsere interne SSD oder HDD installiert werden. Also bestätigen wir das Fenster mit OK. Danach klicken wir auf Install to Disk und wählen jetzt die interne SSD oder HDD aus. Nicht wie vorher den USB-Stick. Ihr könnt die SSD oder HDD an der Speichergröße erkennen. Nun auf das Volume klicken und wieder einmal das Admin-Passwort eingeben. Und jetzt wird Open-Core auf der internen SSD oder HDD installiert. Wieder auf Reboot klicken und den Mac mit gedrückter Alt- oder Option-Taste neu starten. Wie zuvor auch. Nun ist es so, dass wir in der Boot-Auswahl ganz links auf EFI Boot klicken. Also das Icon von Open-Core mit der dunklen SSD. Danach auf Macintosh HD klicken und der Mac startet ganz normal in das Ventura Betriebssystem. Jetzt sind wir endlich bei den letzten Schritten angelangt. Als erstes entferne ich den USB-Stick, denn den brauchen wir jetzt nicht mehr. Um wie gewohnt direkt in das Betriebssystem starten zu können, müssen wir noch eine Einstellung ändern. Dafür öffnen wir noch einmal Open-Core und klicken unten auf Settings. Im Reiter Builds findet ihr einen Haken mit dem Text Show Open-Core Bootpicker und den Haken entfernt ihr und klickt unten auf Return. Durch das Entfernen des Hakens müssen wir zum Schluss noch einmal Open-Core mit dieser Änderung neu erstellen. Auf Build & Install Open-Core klicken, danach Install to Disk. Dann wählt man noch einmal die interne SSD oder HDD aus und bestätigt das Volume. Noch einmal das Admin-Passwort eingeben und auf Reboot klicken. Der Mac startet jetzt wie gewohnt direkt in das Betriebssystem. Geschafft! Jetzt läuft macOS Ventura auf einem 8 Jahre alten Mac. Ich persönlich würde den Open-Core Legacy Patcher auf keinem Produktivsystem laufen lassen. Aber für den normalen Hausgebrauch ist das eine tolle Sache. Wenn ihr so etwas auch ausprobieren möchtet, solltet ihr vorher unbedingt ein Time Machine Backup durchführen. So könnt ihr sicher sein, dass eure Daten nicht verloren gehen. Ich habe den Open-Core Legacy Patcher schon länger im Auge, wollte aber mit der Installation warten, bis macOS Sonoma vor der Tür steht. Denn jetzt kann ich mir sicher sein, dass ich mit 13.6 die aktuellste Version von Ventura habe. Eine andere Version wird wohl kaum mehr kommen. So Leute, das war's schon wieder. Viel Spaß mit eurem alten, neuen Mac. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020